Wir haben nun eine gute Vorstellung unserer Zähne. Jetzt ist es an der Zeit konkreter zu werden und mit der eigentlichen 3D-Arbeit anzufangen. Doch wie legen wir los und wie bauen wir unsere Zähne auf? Auch hier gilt, wir fangen im Groben an und gehen dann Stück für Stück ins Detail. Ein hervorragendes Hilfsmittel für den ersten Schritt in der 3D-Arbeit ist das Erstellen einer sogenannten Prävisualisierung, also eine Zähne mit einfachen 3D-Elementen. Das Tolle daran ist, dass man mit diesen 3D-Elementen und der Kameraperspektive erstmal herumspielen kann, ohne sich mit zu vielen Details beschäftigen zu müssen. Damit wir die Prävisualisierung später ganz einfach für unsere detailliert ausgearbeitete Zähne verwenden können, ist es wichtig vorher eine Maßeinheit festzulegen, damit die Elemente die richtigen Proportionen zueinander haben. Das vereinfacht die weitere Arbeit an unserem Projekt, da wir unsere groben Blockout-Elemente später sehr einfach durch die detailliert modellierten Elemente ersetzen können. In unserem Fall legen wir fest, dass eine Blendeeinheit ca. 1 Meter ist. Ohne erstmal groß über das genaue Aussehen nachzudenken, bauen wir zuallererst ganz grob unsere wichtigsten 3D-Elemente und platzieren die an die ungefähre Position in unserer Zähne. Dazu dient uns das zuvor erstellte Overpainting als grobe Richtung. Wir fangen mit den Bäumen an. Dazu eignet sich hervorragend das Sapling-Add-on, was man zuerst in den User Preferences unter Add-ons aktivieren muss. Als nächstes bauen wir einen Platzhalter für einen Mensch, den wir auf eine ungefähre Größe von 1,85 Meter einstellen. Als nächstes fügen wir für unseren Boden eine einfache Plane hinzu und stellen unsere Kamera ein. Aus der Kameraperspektive sehen wir dann unseren ungefähren Ausschnitt unserer Zähne und können so ganz einfach die Bäume platzieren. So und damit wir das Ganze einfach halten und wir nicht extra noch Büsche erstellen müssen, verwenden wir einfach einen Baum und schieben den etwas in den Boden rein. Wenn man die Bäume dann ein bisschen rotiert und skaliert, sehen sie auch nicht alle gleich aus. Dann erstellen wir ein Fahrrad aus einfachen Grundobjekten. Für all unsere 3D-Elemente für unsere Prävisualisierung verwenden wir lediglich die Grundobjekte von Blender und diese können wir dann noch dezent anpassen, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Die separaten Teile vom Fahrrad joine ich mit STRG und J, dabei lasse ich den hinteren Teil des Fahrrads und den Lenker mit dem vorderen Rad einzeln, den Lenker parente ich dann zum Fahrrad mit STRG und P, set parent to object und dann kann ich diesen im Anschluss auch noch ganz einfach rotieren. Als nächstes bauen wir unseren Roboterpanzer. Auch diesen setzen wir aus ganz einfachen Grundobjekten zusammen, die wir leicht anpassen. Wir verschieben jetzt die Objekte in unserer Szene so lange hin und her und verändern die Kameraperspektive, bis wir zufrieden sind. Das kann durchaus ein Weilchen dauern. Mit anderen darüber zu reden oder mal eine Nacht drüber zu schlafen hilft ungemein, um auf neue Ideen und Inspiration zu kommen. Im Hinterkopf behalten wir immer unsere Geschichte, die wir erzählen möchten. Welche Elemente kann ich zum Beispiel noch hinzufügen oder wie kann ich die Kameraperspektive verändern, damit mein Bild noch interessanter wird und meine Geschichte vielleicht noch besser erzählt wird. Hier seht ihr mal die erste Version der Prävisualisierung unserer 3D-Szene. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar grobe Grashalme hinzugefügt und der Roboter sieht noch extrem simpel aus. Für die beiden Personen im Bild haben wir einfache 3D-Scans verwendet, die wir zu dem Zeitpunkt schon zu Testzwecken erstellt hatten. In der nächsten Version haben wir unsere Kameraperspektive noch etwas verändert und auch das zweite Fahrrad haben wir angepasst und vor allen Dingen den Roboter etwas weiter ausgearbeitet. In der nächsten Version haben wir uns dann dafür entschieden, die Kamera doch etwas tiefer zu platzieren, die Brennweite der Kamera zu erhöhen und noch im Vordergrund Rucksäcke hinzuzufügen. Dadurch wirkt die ganze Szene noch interessanter. Als nächstes haben wir noch einfach einen Fernenebel hinzugefügt und noch ein paar Objekte umplatziert. Die Arbeit an der Prävisualisierung ist auch eine Arbeit am Bildaufbau bzw. an der Komposition unseres Bildes. Dabei könnt ihr euch auch an den Regeln des Bildaufbaus orientieren, also zum Beispiel die Drittelregel oder der goldene Schnitt. Dazu gibt es sehr viel aufschlussreiches Material im Internet. Wir empfehlen euch das Video Understanding Composition von BlenderGuru.com. Aber um ehrlich zu sein, bei unserer Szene sind wir mehr nach Gefühl und Erfahrung gegangen. Die Regeln des Bildaufbaus hatten wir dabei zwar im Hinterkopf, aber wir haben nicht ganz genau darauf geachtet, diese auch wirklich einzuhalten. Wir können unser Bild ja mal analysieren. Im Zentrum stehen die beiden Personen. Personen sind immer einen Blickfang, genauso wie Gesichter. Wir haben unser Bild außerdem in Vorder- und Hintergrund eingeteilt. Im Vordergrund ist das Bild zum Beispiel etwas abgedunkelt und bildet so eine Art Rahmen. Da, wo wir zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit in unser Bild lenken wollen, da fällt auch das Licht hin. Und auch die Art und Weise, wie zum Beispiel die Fahrräder oder die Betonblöcke ausgerichtet sind, helfen dabei, den Blick ins Zentrum des Bildes zu führen. Außerdem kann man mit dem Einsatz von Fernenebel und Tiefenunschärfe den Fokus im Bild noch besser setzen. Die etwas unscharfen Pflanzen im Vordergrund und die etwas durch den Fernenebel plassen Bäume im Hintergrund lenken nicht so sehr vom Geschehen in der Mitte der Szene ab. Übrigens kann man solche Effekte auch live im Viewport von Blender aktivieren, um bereits im Status der Prävisualisierung schon ein gutes Gefühl zu vermitteln, wie das Ganze später aussehen und sich anfühlen könnte. Denn Blender unterstützt verschiedene Viewport-Effekte, wie zum Beispiel Tiefenunschärfe, Licht, Schatten, Nebel und Ambient Occlusion. Für unsere Prävisualisierung können wir zum Beispiel ganz einfach eine Sonnenlampe und eine Punktlampe hinzufügen, dann oben auf Blender Game umstellen und unten unter Viewport Shading auf Material umstellen, damit wir all diese Effekte im Viewport auch sehen können. Wenn ihr die Sonne selektiert habt, könnt ihr unter Object Data im Properties Editor Shadow aktivieren, um den Schatten darzustellen. Und außerdem aktiviert ihr Show Shadow Box, um den Bereich anzuzeigen, bis wohin der Schatten dargestellt werden soll und den könnt ihr unter Frostm Size verändern. Dann aktivieren wir unter den World Einstellungen Mist und können unter der Horizon Color die Farbe vom Nebel einstellen und unter Ambient Color die Farbe vom Schatten. Und anschließend aktivieren wir im Properties Menü vom 3D View unter Display World Background, damit wir die Horizon Color auch im Hintergrund von unserem 3D View sehen. Und mit dem kleinen Punktlicht hellen wir dann einfach unseren Vordergrund etwas auf. Da hier unsere Materialien alle noch wie Plastik aussehen, schrauben wir unter den Materialeinstellungen von allen Materialien den Intensity Wert und das Specular runter, damit uns kein Glanzlicht mehr auf den Materialoberflächen dargestellt wird. Dann aktivieren wir im Properties Menü vom 3D View unter Shading Ambient Occlusion, um diesen Umgebungsverdeckungsschatten an Ecken und Kanten hinzuzufügen und können mit den Werten hier unten die Stärke und Größe zum Beispiel einstellen. Im selben Panel aktivieren wir auch noch Depth of Field und spielen, wenn die Kamera selektiert ist, unter Object Data Depth of Field mit Distance und F-Stop rum, um die Stärke und den Fokuspunkt von der Tiefen und Schärfe zu verändern. So und nachdem wir dann eine ganze Weile herumgespielt haben, wissen wir irgendwann, so, das passt jetzt. Als nächstes können wir auch noch unsere Kamera animieren, falls wir in unserer späteren Szene auch eine Kamerafahrt hinzufügen möchten, um zu sehen, wie sich der Bildausschnitt verändert und wo man eventuell noch Objekte hinzufügen muss. Die Viewport-Ansicht können wir dann über das Fotoapparat-Symbol im Header vom 3D-View rendern und über den UV-Image-Editor mit F3 abspeichern. Und dann können wir auf diesem Bild zum Beispiel in Photoshop oder GIMP noch ein paar einfache Lichtstrahlen oder Partikeleffekte hinzufügen, um dem Bild noch etwas mehr Atmosphäre zu verleihen. Außerdem kann man hier schön mit den Farben und zum Beispiel einer Vignettierung herumspielen, womit man auch nochmal schön den Fokus setzen kann. Am Ende haben wir dann eine sehr schöne Prävisualisierung, die uns dann sehr gut als Vorlage für die Detailarbeit dient. Und genau damit geht es in den nächsten Videos weiter.